So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich hab nen Domme dabei. Und wir gucken uns heute an Mono Black Aggro gegen Burned. Rot gegen Schwarz. Ja, Mono Black Aggro ist hier ein bisschen gecheatert. Tatsächlich hat das Deck nen leichten Rotsplash drin. Ach njo. Ja, mit zwei Badlands. Und Mono Black Aggro ist hier auch sehr weit umfassend gesehen. Da hier jetzt aktuell sogar mit dem Scam Package gespielt wird. Sehr sehr spannend. Auf der anderen Seite, klassisches Burned kommt in letzter Zeit immer wieder, nachdem die Mana Basen so greedy geworden sind, dass alle nur mit Duels spielen. Ja, Price of Progress gewinnt halt Spiele. Ja, das tut's wirklich. Und oben mal liegen noch fünf von Mono Black Aggro. Und wir haben ja live miterlebt, wie Burn Job 8 bei nem ELM Qualifier werden durfte. Von unserer Truppe. Dementsprechend, ja, schon spannend. Zwift Spearbeat Verein. Was für ein Zwift Spearbeat? Ach, das ist der Neue, ne? Das ist der Neue, genau. Ah. Fängt hier wieder dieses lustige Rätselrad an. Ja, ja, lustige Rätselrad von roten K. Fetch. Was ist denn der stärkste Start, den Aggro haben kann? Theoretisch glaube ich der Scam Start. Oder Darkrid, Darkrid, Shealdrid. Jaaaa. Darkrid, Darkrid, Shealdrid macht auf jeden Fall Power. Ich weiß nicht, ob da noch Chromox mit tun ging. Es gab ja mal ne Zeit lang, wo da Darkrid und Chromox drin waren. Das ist ne Inquisition. 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 Neun. 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 Neun Damage Trigger. Neun Damage Trigger. Pfff. Alter Fall da. Ja. 15. Dann 3 Damage Trigger. Und dann B. Leckt mich am Ratsch. Genau. Also von dem, was da noch war. Ja. Stimmt. Bam. 18 auf 9. Auf der Hand ist glaube ich ein Eidolon. Eidolon ist natürlich auch ziemlich mies für ein Mono-Black-Akku. Ja, viele Einser-Spells, viele Zweier-Spells, viele Dreier-Spells. Wenige Vierer. Mh. Und wenn er drin hat, ein paar Nuller. Mh. Das ist strong. Snuff-Out. Oh. Oh. Snuff-Out kostet halt nur ein Leben mehr. Ja. Stimmt. Also theoretisch ist es ziemlich genial, weil es halt auf 9 gesetzt auf 8. Ja. Und du hast die Kreatur weg, die dir in der nächsten Runde auf jeden Fall einen Schaden gedrückt hätte wahrscheinlich. Genau. Und damit hast du halt den Damage wieder reingeholt. Das vergessen auch ganz, ganz viele Leute. Ja, Snuff-Out dafür muss noch ein bisschen Mathe können, ob sich das lohnt. Ja. Mathe können das für Magic glaube ich generell nicht so schlecht. Ach, manchmal. Also gibt es auch Dextremen-Burner, das Storm spielt. Genau. Da ist ein Non-Basic. Auch das ist natürlich sehr gefährlich. Mh. Grad wenn die jetzt so viel Surprises. Aber nur ein Go. Mh. Spannend. Äh. Was war das denn? Nur ein Go? Wahrscheinlich ein Removal noch auf der Hand. Eidolon. Mh. Das ist halt auch so reulig. Um das wegzukriegen musst du zweimal Leben bezahlen. Mh. End of turn. Bowmaster. Bowmaster. Boah, ich weiß nicht, ob das nicht zwei unnötige Damage sind. Wenn du was anderes hättest, auf jeden Fall. Ich glaube halt, man geht hier auf 6 runter, wenn der Trigger angesagt wird. Man muss ja mal überlegen, Eidolon muss mal den Trigger ansagen. Das wurde ja vergessen. Anscheinend. Und ähm. Naja. Das Problem ist halt, ich hätte auch den einfach nächste Runde gespielt und hätte jetzt gewartet, bis der ihn eingreift. Mh. Zum Blocken. Genau. Blocken. Ding drauf. Das ist, glaube ich, besser. Mh. Oh. Mehr Non-Basics. Ich glaube, das ist noch eine Inquisition. Ne. Reanimate auf der Hand. Reanimate natürlich nicht das Schwarmste. Ne. Den lässt du schon. Außer natürlich. Oh, ne. Also, man könnte jetzt mit dem Ding angreifen. Er wird wahrscheinlich blocken. Reanimatest du den Bowmaster und pingst den Tod und hast einen 2-2. Und den Bowmaster. Bei Burn ist halt nicht so bekannt dafür, Karten zu ziehen. Nö. Sie haben manchmal das Card-Raw-Land drin. Das war's. Ansonsten, äh. Ist halt kein Monorad-Pros. Die haben ja Card-Draw drin. Die haben ja Card-Draw, beziehungsweise viel mehr diesen Impulse-Draw, wie sie es nennen. Äh, dass du das ins Exile-Exile-Exile-Exile-Exile-Exile-Exile-Exile-Cast. Ja, genau. Oder halt so Dinger wie Manu-Rof-Rose oder so. Oh, yes. Mhm. Draws, da haben wir einen Wasteland. Das muss ich ja für den Fall droppen. Für den Fall, dass ich mich selber Wastelanden muss. Mhm. Das ist schon wichtig. Das Badlands loswerden ist schon ordentlich. Der hat dadurch keinen Mehrgewinn gemacht. Okay, End of Turn. Bei Burn ist halt noch nichts passiert. Nichts. Okay, auf dich spannen. Das ist wirklich interessant. Da ist noch ein Bolt. Zwei Bolt, glaube ich. Bolt. Und? Jetzt wird spannend. Hat er noch ein Bolt? Yes. Einfach 3-3-3-3-3-3 zu Tode. Genau. Vom Snipebot her. Manchmal spielt Burn Moon. Ich glaube nicht so gut. Würde ich nicht machen. Auf der anderen Seite Moonred Prison hat nicht so viel Lifegain drin. Ich weiß gar nicht, was sie überhaupt machen wollen. Ehrlich bin. Ja, das ist halt... Agro kann halt anderen Removal boarden, wenn er hat. Oder mehr. Ähm... bessere Starthände haben, dass man den malen muss. Wäre auch eine Idee. Weil ein Mal auf 5 ist halt auch schon ätzend. Mal auf 5 fühlt richtig weh. Ähm... Boah, kann ein Agro sonst noch spielen? Ähm... Es ist halt nicht einfach tatsächlich. Mhm. Weil äh... Grief mit Grief? Da ist ein Ball, sie stört. Hm... Da ist der Price. Da ist der... Goblin Guide. Je nachdem, was du spielen kannst und willst. Würdest du den Goblin Guide nehmen. Ansonsten ist Eylon. Ich würde jetzt wahrscheinlich den Goblin Guide nehmen, den reanimieren. Bin ich ehrlich mit. Ja, ja. Wenn du halt selber eine Kreatur spielen willst. Also reanimaten würdest. Eylon raus. Okay. Fetch. Fetch auf 19. Ja. Und jetzt... Reanimate auf den Grief. Gebt man halt auf 15. Der sogenannte Scamstar. Würde ich jetzt wohl ausgehen. Oder man könnte Inquisition spielen. So oder so denke ich, folgt hier ein Discard. Boah, Reanimate auf den Eidolon. Nee, nee. Wenn Reanimate nimmst du den auf den Goblin Guide. Oder eben jetzt auf den Grief. Und dann zerflückst du dem Gegner einfach die Hand. Und da geht jetzt halt der... Der, 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 der... Goblin Guide. Was ist das? Price? Der Price ist auf jeden Fall behalten. Da ist ein Goblin Guide und das andere ist ein Fire Blast. Boah. Ja, die ganzen neuen, wunderschönen roten Artworks. Uiuiuiuiuiui. Borde, ich bin zu alt dafür. Kommt davon, wenn man sich nur mit Old Ballerkarten beschäftigt. Oder Full Arts. Ja, oder Full Arts. Und... Ja. Das tat halt jetzt weh. Mhm. Sorgt jetzt aber auch dafür, dass der Gegner halt wirklich effektiv... ...ein Mulligan auf 5 auf 3 Länder. Okay. Einen Goblin. Und einen Price hatte. Mhm. Und das Price kann ich mir so gut empfehlen. Das ist noch... Doughty auf der Hand oder sowas. Das ist noch irgendwas Artefakt-mäßiges. Ne, das ist auf jeden Fall ein äh... Ach, das... Wie heißt der Gute? Der Black Engineer. Der Gute. Und noch ein Re-Animate. Hoihoihoi. Bringt die, glaub ich, hier nicht so viel. Black Engineer auf Goblin. Goblin tot blocken. Hm. Das ist Swamp Cycling. Äh, den Troll von Kierkanu. Ach, dat Vieh! Hm. Äh, oh Gott. Äh, 7 Mana, 6, 6, muss von 3 oder mehr Kreton geblockt werden. Wahrscheinlich für den Rotting Run ist so drin. Wahrscheinlich. Und es ist halt ganz geil, wenn du den halt in dem Re-Animate Package als Tour auf mit reinnimmst, für die plus die 4 Greaves. Aber wenn der jetzt halt wiederkommt, der macht halt schnell hin. Das ist halt die Folge... Aber das tut halt weh. Das tut richtig weh. Jetzt 7 und es auf 8. Ich bin auf 8 sogar. Auf 9? Nee, auf 9. Auf 9. Aber dann muss ich jetzt auch mit dem Greaves angreifen, ja. Ja. Speed für 3. Jetzt ist der Goblin Guide auch im Block gesichert. Oh, dat ist Spaß, denk ich mal. Da ist auf jeden Fall noch ein Price. Das ist halt nicht so geil. Der macht halt aktuell null Schaden, ne? Ja. Hm. Noch ein Goblin Guide. Boah, da kannst du jetzt vor Gott sagen, jetzt kannst du schon fast dabei. Beiden angreifen würde ich auch tun. Weil der Unterschied zwischen 9 und 7 ist halt schon... Der ist nass. Genau. Land auf die Hand. Trigger nochmal. Und Doughty. Und Doughty. Der ist halt nicht so strong im Matchup, aber... Ja, okay. Kannst du den Troll jetzt zum Blocken zurücklassen oder... Gucken. Ich würde mit dem Troll jetzt blocken. Wenn er das Ding fireblasten will, dann will er das Ding fireblasten. Immer noch besser, als wenn er das Gesicht fireblastet. Ja. Also, da würde ich jetzt einen von blocken. Ja. Dann hat er ordentlich Leben gesaved, weil alle Burns, weil sie auf Kreaturen fliegen, fliegen nicht ins Gesicht. Außer es ist ein 6,5. Kann das sein? Es ist ja nur 6,5. Oh, er ist wirklich nur 6,5. Oh. Ja. Ist aber, denke ich, nicht so schlimm. Er hat halt 5 Leben gemacht. Dann geht er aber auf 7. Von den Points her. Da muss ich mal ein bisschen schänden, wenn die Leute nicht in ihren Würfeln drehen. Selbstständig. 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 Nicht den Gegner drehen lassen. Ist aber einfacher. Ja, ich weiß. Da hat nur einer einen Fehler gemacht. Black Engineer auf Goblin? Ja. Okay. Solide. Okay. Ansonsten, 14 zu 7. 7 ist halt echt nicht viel. Ne, das ist halt so bold, blast. Ja, aber das ist halt nur Land, Fetchland, also jetzt noch Land und Price auf der Hand. Hm. Ja, Price umschifft mal gerade sehr gut. Ja. Sonst wäre mal kurz vorknab. Ja. Ja, ja, ja. Den muss man auch umschiffen können. Ansonsten wird es halt echt einfach nur eklig. Ja. Überlegst du, eine richtige Mono-Black-Control-Shell, die auch noch die ganzen Man-Lens und so weiter spielt, die kotzt schon richtig gegen Price. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. So, Grief kann weiter lustig angreifen. Der Black Engineer? Eigentlich nicht. Ne. Ich... Okay. Ich meine... Oder doch. Das finde ich halt heftig, weil... Ja, weil... Ich meine, der Ding ist nur 1-1. Der Goblin-Guard ist wirklich nur 1-1. Aber 1 Damage kann halt auf 6 auf Double Bolt-Range gehen. Wenn du jetzt den Doughty hinterher legst, machst du halt gar nichts. Ja. Das macht leider nichts. Der blockt halt nicht. Oh, der zieht aber auch schon nur... Schön in der Gas. Der kann, glaube ich, Neidland. Nose. Spannend. Was ist das denn? Ähm... Das ist das... Äh... Gott, wie heißt das Ding? 2-Männer-Verzauberung. Ach. Wenn ein Spieler ein Spell umsonst castet, fügt der ihm 5 Damage, glaube ich, zu. Jo. Oh. Und äh... Für 2-Männer kannst du die Leben nicht Damage... Also nicht Life-Gain irgendwie sowas machen. Und zu Beginn des Versorgungs-Segments kriegt jeder Spieler-Oppchen Damage. Pink der, ja. 6. Auf 6. Dann das. Joa, aber in dem Bot-State-Zone-Ding zu spielen... Spannend. Ja. Lock den. Genau, der ist aber Goblin. Deshalb ist der nur 2-2-2-1. Stirbt der... Hätte ich gar nicht so viel eins gehabt, denke ich. Ich hätte einfach letzte Runde reingehalten. Geht mal auf 5. Spannend. 5 ist... 5 ist... 5 ist Liefer, wenn jetzt ein Pyro... Äh... Ding von der Top kommt. Ist die Frage, wenn es ein She-Oldred ist, war es egal. Ja. Aber wirklich nur bei She-Oldred. Ansonsten äh... Macht der Fetch überhaupt keinen Sinn? Ne. Wenig. Das ist das She-Oldred. Ja. Dann ist es auf jeden Fall... Die gute alte Dame. Ich wüsste jetzt nicht, wie... Man da jetzt mit einem Spell 2 Damage schiefen möchte. Nicht mit einem Prize auf der Hand. Das ist leider Rum. Top. Damage geht auf 4. Auf 2? Warum auf 2? Egal. Land Progress. Unterschiede. Ähm... 1-1. Hm. Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm... Mono Black Aggro ist, glaube ich, hier gar nicht mal so favored, wie man es am Anfang denken mag. Ne. Weil, ähm... Ja, sie haben nicht viele Non-Basics drin, was dem Deck halt immens zu Vortrag kommt. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben eben auch sehr viele Karten, die sich gegenseitig... Damage drücken. Alter, du willst ja gerne Thorzies spielen. Genau, du willst keine Thorzies spielen. Reanimate ist in dem Package halt auch einfach schmerzend. Ja. Und, äh... Da haben wir Mulligan. Und der... Man muss halt... Man muss dazu halt überlegen, der Discard tut Burn meistens gar nicht so weh. Weil die auch gern mal von der Top einfach gewinnen. Die müssen nur 2-3 Burn Spells toppen und dann ist... Rum. Ja. Meistens liegt dann eh schon ein oder zwei Kreaturen oder so. Das stimmt. Das ist so, äh... Mann. Das ist immer flauen. Oh. Ich sehe da mindestens dreimal blitzende Karten auf der Hand. Uiuiuiuiuiui. Das ist schon viel. Da ist viel im Gesicht. Hm. Das tut meistens auch weh. Und jetzt. Hm. Also keine Kreatur. Das ist meistens ein schlechterer Start für... Die Monoblack-Argo weiß ich nicht, wie geschlecht das wirklich hier ist. Bei dem ganzen Removal, das die spielen. Ja, der Removal aber... Der liegt aktuell mehr auf 2. Hm. Das stimmt. Ähm... Ist der Griffstörn oder nicht? Äh... Passend so aus. Griff, Pitch... G-O-L-Dread. G-O-L-Dread? G-O-L-Dread oder... Ne, das sind mehrere Male. Okay. Das sieht für mich nach einer G-O-L-Dread aus. Das hätte ich jetzt fast gesagt haben. Wir sind natürlich gewesen, aber okay. Ne, Endro wäre natürlich nice gewesen. Ne, das ist eine G-O-L-Dread. Nee, das ist eine G-O-L-Dread. Klaas. Da hätte man sich natürlich am liebsten selber gegrieft. Was übrigens nicht geht. Das wär auch noch dumm an der Karte. Dann den. Dann hat man nur noch... M-O-L-Dread. Uh, das ist schmerzhaft. Ähm... Das Böse. 4 Dramatis. 13. Es sind halt... Jetzt effektiv nur noch 9. Ja, da würde ich reincrashen. Da würde ich einfach crashen. Ja. Da würde ich reinhalten. Weil... Was willst du bestimmt? Er wird nicht angreifen. Du willst das Ding nicht holten. Ja, und jetzt greift der die ganze Zeit nur noch an. Und du hast keine Chance mehr den Traitern zu bieten. Nö, also wenn er jetzt angreift, wäre es einfach noch schlecht. Also, es ist jetzt einfach ein Stand-off. Die Karten machen einfach jetzt effektiv nicht. Wow. Er greift ja krass. Oder er hat einen Removal dafür. Fetch. Auf 12. Dann muss er einen Removal dafür haben. Und dann wärs ja noch besser gewesen, wenn ihr 2 damage einfach hättest mitgenommen. Äh... Deswegen. Also den... Ich hab' noch mal... Ich hab' noch mal... Ich hab' noch mal... Ich hab' noch mal... Für 2 könnte noch so was mit Dauty kommen oder so. Ja... Ja... Ich hab' noch mal... Ja... Ja, okay, der Dauty kann ja halt auch mal... ...ein... ...ein... ...ein Bolt ziehen. Ja, der macht ja 3 damage. Also das selber hätte auch mal an. Ja, ja, oder Tux. Oder ein Kreatur-Head-Front mit dem Bolt, oder irgendwas anderes. Ja... Also, der kann... Er ist halt schon der Sie. Das Problem ist, die meisten Leute, die den Spielen vergessen hat, die Partner hat unter Castbar sind. Ja, es ist halt und zweitens kann er nicht blocken. Ja... Was ist das jetzt für eine Idee? Ja... Ja... Okay... Der Spell getastet sieht. Damage bekommt, wenn der Spell resolved. Mhm... Der Spell resolved für den Friedhof gehen, die geht stattdessen ins Exile. Und dann wird bei Steady-Base-Effekt geschaut, ähm... Ist die Kreatur tot? Ja, sie ist tot durch den Damage. Und deshalb geht es in Exile. Bei einem Fatal-Push wird beim Teil des Resolvens die Kreatur getötet. Da zum Beispiel? Da zum Beispiel. Und dadurch geht der Fatal-Push in den Friedhof, der Spell aber nicht. Yes! Yes! Get down! Friss deinen eigenen Goblin-Guide! Ja, Mann! Nee... Okay, auf 12 und den Trigger... Trigger... Land... Das ist natürlich geil, wenn er aktuell sehr, sehr viel Land erspielt. 10... Oh, das war glaube ich nur ein Swift-Spiel. Das hab ich gesehen. Nacht... Und ein Fetch... Was ist denn? Zwei-Mann? Irgendwas mit Zwei-Mann? Ähm... Eidolon? Aber das macht hier nichts mehr. Naja, das macht nicht mehr viel... Der Grief greift halt einfach weiter an, weil Menace... Hm... 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 Oder du halt jetzt wirklich Fetched Maust und... Fetched Maust und... Ja, wahrscheinlich. Ach so. Äh... Äh... Das macht's wie... Mona Swift... Beat down! Jawoll! No regrets! Truff, truff, truff! Uff! Maul! Das wird richtig knapp, aber das ist machbar. Da ziehen wir jetzt noch dran hier rum... Yes! Mhm... Eine der beiden Seiten. Mhm... Das ist ein Sumpf. Der Sumpf ist immer gut. Der Sumpf braucht das überhaupt nicht. B2-5... Trigger... Oh, der zieht unten... Und das ist der klassische Burn-Move. Entweder zu Sokaien oder zu viele Länder. Und wenn der Gegner jetzt allerdings einen Glaubling-Guide hat, kann es passieren, dass dir das wirklich den Arsch deckt? Ähm... Ähm... Was kommt da? Oh, gut! Uuuuuh, Trigger! Oh... Dann darfst du nicht. Den hätte ich aber das gar nicht verschaffen. Was? Oh, nicht, hätte er angegriffen. Was? Dieser Burn-Spieler muss noch lernen, wenn er ein aggressiver spielt. Der Gegner wäre jetzt auf drei. Ja. Dann gibt man auf eins. Weil, was will er machen? Er hat keinen Lifetrain drin und nichts. Und dann muss man von der Top nur einen Bowl ziehen. Hm... Ach, gewonnen. Ei, 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 ei. Ja, das hier ist jetzt Play-Not-To-Lose, aber das ist gegen das die falsche Strategie. Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn die jetzt nicht die Olde kommen, kann man halt schon wieder schieben. Ja. Man muss halt einfach mal effektiv nix. Da ist ein Land. Oh, wenn er jetzt einen Bowl toppt... Das hat er so bitter... Ja, wenn er jetzt einen Bowl toppt, dann wird es wieder dreimal... Hm... Kann ich wieder gerne schieben? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh, das kann man jetzt auch nicht mehr machen. Und... Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Hm... Land... Also es ist jetzt wirklich spannend jetzt, die letzten Zügen. Äh, Land, dreimal... Hm? Drei? Screw all the critics. Screw all the critics. Es wäre lieb. Spannend. Jetzt greif an. Jetzt greif doch an. Jetzt... Oh... Warum... Was willst du? Woran bist du denn hier sterben? Oh, das ist so spannend. Der hat schon vier Schaden allein durch den Pros-Trigger liegen gelassen. Ja, vor allem hat er halt unendlich viel Damage liegen gelassen, wenn er jetzt schon gewonnen hätte. Also... Er hätte insgesamt jetzt schon 10 Damage mehr. Hm... Eidolon... Ja, cool. Dann musst du ja blocken, weil ansonsten äh... Hast du das Problem... Ja, nein, 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 nein. Das Problem... Das Problem... Weil das Eidolon... Hemmt dich halt selber so... Das ist das gar nicht. Oh, das ist das gerade schon. Das ist um... Man spielt jetzt das Eidolon. Der geht dann gar nicht nur mit den Müfern, dann kann man nicht mehr spielen. Cool. Also das Schlechtste, was jetzt passieren kann, ist, dass der Mono-Black-Agro-Spieler auch mit dem Dingern greift. Mit dem Goblin-Gold. Ja. Das heißt, man geht jetzt hin, greift mit Grief an, der Jähtner kann nichts mehr spielen. Es gibt nichts, was der Jähtner tun kann. Jo. Ich würd nicht mal in Land spielen. Ich würd gar nichts mehr spielen. Ich würd einfach angreifen. Außer der Land ist Wasteland. Ansonsten würd ich nicht mal in Land spielen. Ich würd nur mit dem Grief angreifen. Das lockt ihn runter auf einen Leben. Das ist um. Ja, Wasteland haben wir noch zu Gott. Jo. Jetzt ist er auf eins. Brauch nichts mehr machen. Ja. Ich würd ihn sogar reinbaiten, ist der Prize-Spieler. Er stirbt halt vor jeglicher Art von Spy Resolve. Er kann sich jetzt selber töten. Ja. Das ist auch. 2-1. Mono-Black-Agro gegen Korn. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Zeigt wieder, wie aggressiv ist. Manche Stecksspieler müssen irgendwie defensiv. Kann ich auch mal. Kann ich auch mal. Hatte ich sogar überlegen. Ich auch selber. Kann es aber. Ja. 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 Ja.